Die Oberkreiner Musik lebt in ganz Europa. Geboren wurde sie in Slowenien im Dorf Begunje und ihr Vater ist Slauko Ausenik. Sohn Gregor und Enkel Sascho laden alle Freunde der Oberkreiner Musik im Sommer zu sich nach Hause ein. Denn das Ausenik Festival in Begunje geht in die nächste Runde. An drei Abenden musizieren Oberkreiner Gruppen aus ganz Europa. Drei Abende lang wird das riesige Festzelt aus allen Nähten platzen, wenn sich Fans dieser einzigartigen Musik aus der ganzen Welt treffen. Kommen auch sie und kombinieren sie den musikalischen Hochgenuss mit einem Urlaub in einer der attraktivsten Regionen der Alpen. Das Ausenik Festival findet vom 25. bis 27. August statt. Natürlich präsentiert von Gute Laune TV. Wir haben was Gemeinsames. Oberkreiner Musik sorgt ja auch für gute Laune. Alle Infos, Tickets und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es bequem auf festival.ausenik.com. Und natürlich können sie auch anrufen oder schreiben. Familie Ausenik und Gute Laune TV freuen sich auf sie. Ich freue mich auf euch alle. Wir werden ein Fiss feiern, das Opa gut gefallen hätte. Euer Sascha Ausenik.